My working routine is different from day to day. Some days I have fixed meetings. I need to be there. Some days I can do the time management. You are your time manager. So you can do your tasks whenever you would like to. Was mir besonders an unserem Team gefällt, dass da so viele verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen und zusammenarbeiten. Was man hier ganz stark merkt, diesen Teamspirit. Das heißt, wir arbeiten immer als Team zusammen. Mein Team ist über mehrere Standorte aufgeteilt. Zum Teil in Steyr, zum Teil in Wien und zum Teil im Waldviertel. Wir arbeiten täglich miteinander über eine Videoplattform. Wir treffen uns alle paar Wochen gemeinsam. Die meisten Projektabstimmungen finden über Teams statt. Das ermöglicht uns, dass wir mit unseren Kunden und Kollegen standortunabhängig zusammenarbeiten können. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer und Familienvater von zwei Kindern. Auch das lässt sich gut mit meinen Dienstzeiten vereinbaren. Wir haben Möglichkeiten für Flexibilität, für Arbeiten zu Hause oder Arbeiten im Büro. Auf der einen Seite arbeite ich, ich mache meinen Job. Im Gegenteil habe ich die Zeit, das mit meiner Familie zu spenden, um einen Familienvater zu gehen, oder um einen Inline-Skater zu gehen, zum Beispiel mit meiner Tür. Es finden mehrmals im Jahr Team-Events statt. Da kann man sich mit den Kollegen, die man im Alltag nicht oft sieht, austauschen. Und ja, die machen immer sehr viel Spaß. Das bereichsübergreifende Arbeiten bei Cosmo Cosalt funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Wir sind alle Kollegen, die gern und gut miteinander arbeiten, die freundschaftlich verbunden sind. Und dadurch arbeiten wir sehr effizient und gerne miteinander. Wir bei Cosmo haben sehr flache Hierarchien. Wenn man mal ein Problem hat oder Hilfe benötigt, kann man jederzeit zu seiner Führungskraft hingehen und die hat immer ein offenes Ohr für einen. Ich bin mittlerweile fast elf Jahre bei der Cosmo Cosalt, bin als Berater oder Senior Berater eingestiegen, bin ein Solution Architekt worden und habe dann irgendwann das Produktmanagement für unsere Branchenlösung, Druck und Verpackung übernommen. Das mache ich jetzt seit, ich denke, fünf Jahren. Was ich über meinen Job mag, ist, dass ich das, was ich wirklich liebe. Data ist meine Passion. Die Kreativität im Produktmanagement und das Erarbeiten mit meinen Kollegen und das Führen der Kollegen macht mir besonders Spaß.